Wie wär's, wenn ihr beide stattdessen Tiere malt? Dann wär's hier leiser, solange ich mich ausruhe. Ja gut. Caillou wusste, dass er ganz prima auf Rosi aufpassen konnte. Jetzt werden wir beide malen, Rosi. Ich auch. Rosi, nein! Nein, Rosi, gib ihn her! Hör auf! Meine! Au! Au! Sei ruhig, sonst wird Mami böse! Caillou, was ist hier los? Caillou, du solltest auf Rosi aufpassen und nicht mit ihr streiten. Du bist doch ihr großer Bruder. Caillou fand es ungerecht, dass seine Mami jetzt böse auf ihn war. Er hatte sich so bemüht, leise zu sein. Alles war nur Rosis Schuld. Mami, ich hab doch nur... Rosi, du musst dich jetzt ausruhen. Rosi wollte nicht... Ich komm gleich wieder, Caillou. Ich, ich... Ich will nicht mehr der große Bruder von Rosi sein. Oh, Caillou. Erzähl mir, was passiert ist. Ich wollte Rosi daran hindern, aber sie hat nicht gehorcht. Es ist nicht leicht, der große Bruder zu sein, was? Jetzt muss ich die Wand wieder sauber machen. Ich will dir helfen. Das wär ganz toll. Als ich noch ein Mädchen war, musste ich mal während einer Party auf meine kleine Cousine Bella aufpassen. Weißt du, was sie getan hat? Sie hat eine ganze Tube Zahnpasta ausgedrückt und sie hat sich von oben bis unten damit beschmiert. Das ist aber ziemlich schlimm. Und ich hab großen Ärger bekommen, genau wie du. Das hast du prima gemacht. Caillou! Cousine! Cousine! Da ist ja das Hündchen! Caillou kannte diesen niedlichen kleinen Hund schon. Hallo, Caillou. Ich passe mal wieder auf dieses kleine Kärtchen auf. Er wollte seinen Freund Caillou besuchen. Willst du mit mir den Hund spazieren führen? Ähm... Na klar. Yippie! Kann ich ihn nehmen? Ja, natürlich. Er hat sich hingesetzt. Er wartet darauf, dass du ihm erlaubst, die Straße zu überqueren. Du musst Geh sagen, wenn es so weit ist. Geh! Caillou fand es toll, dass der kleine Hund seinen Befehlen gehorchte. Wuff, 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 wuff! Sieh mal, was ich mitgebracht habe. Er will spielen. Wirf den Ball weg und sag ihm hol. Dann bringt er ihn gleich wieder zu dir. Hol! Er hat es getan. Sag ihm lass fallen. Lass fallen. Wahnsinn. Caillou spielte den ganzen Nachmittag mit dem kleinen weißen Hund im Park und war total begeistert. Papi, weißt du, was ich mir sehr, sehr wünsche? Nein, was denn? Einen kleinen weißen Hund. Er ist wirklich sehr niedlich. Aber weißt du was, Caillou? Wir haben schon ein Haustier. Wir haben Gilbert. Mami, ich will auch gefahren werden wie Rosie. Na schön, aber wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir nicht mehr dazu, unseren Schneemann zu bauen. Ich will die haben! Caillou, es gibt nachher einen Überraschungskuchen. Schon vergessen? Also brauchen wir keine Kekse. Klar? Und was ist das für ein Überraschungskuchen? Wenn ich es verrate, ist es keine Überraschung mehr. Also, wenn wir an der Kasse sind, pass du auf Rosie auf, während ich den Wagen ausräume. Caillou musste die ganze Zeit an die Kekse denken. Aber er hatte völlig vergessen, wo sie waren. Als er sich beim Suchen verlaufen hatte und plötzlich allein war, bekam er sehr große Angst. Mami, Mami, wo bist du? Caillou, wo bist du? Du bist weggegangen. Nein, du bist weggegangen. Aber ich bin sehr froh, dass wir dich gefunden haben. Jetzt wollen wir nach Hause. Caillou war immer noch verängstigt. Aber er war sehr glücklich, dass Mami und Rosie wieder bei ihm waren. Das war furchtbar, als ich allein war, Mami. Ich fand das auch schrecklich, mein Hase. Also wollen wir hoffen, dass das nie wieder passiert. So, und jetzt wollen wir unseren Überraschungskuchen fertig machen. Aber ich möchte gerne einen Schneemann bauen. Aber wir machen doch einen Schneemann. Allerdings hier in der Küche. Der besondere Überraschungskuchen. Ja! Caillou und Rosie hatten völlig recht. Sie hatten erraten, was Mami's Überraschung sein würde. Mami, guck mal, ein richtiger Schneemann. Brr, dann wird er sicher frieren. Wir sollten ihm einen Schal geben. Caillou, es ist Zeit für dein Bad. Ich meine es ernst, Caillou. Mir ist nicht nach Versteckspielen zumute. Caillou wollte nicht baden. Wo ist er nur? Wo kann der Junge bloß stecken? Wo hat sich Caillou versteckt? Aha! Da bist du also. Komm jetzt mit, du musst baden. Ich will aber nicht baden. Es ist zu kalt, Mami. Na gut. Es ist zu kalt, Mami. Na, wohin so eilig, junger Mann? Ich will jetzt spielen. Du kannst später spielen. Jetzt wird gebadet. Du musst doch schön sauber sein. Ich will aber nicht sauber sein. Nein! Es macht keinen Spaß. Jetzt bekommst du einen Schaumball. Nein! Aber das tut doch nicht weh. Ordentlich viel Schaum, das ist doch lustig. Nein! Gib mir deine Hand. Na, sieht das nicht lustig aus? Plötzlich wollte Caillou sein Quietscheentchen haben und ihm fiel ein, dass er es in Rosys Zimmer gelassen hatte. Oh nein, nicht schon wieder. Caillou, komm sofort zurück. Mein Quietscheentchen. Mein Quietscheentchen macht ganz viele Seifenblasen. Große Seifenblasen. Damit kannst du noch viel mehr machen. Caillou stellte fest, dass man beim Baden genauso gut spielen kann. Und jetzt wusste er, wie man Seifenblasen machte. Guckt mal, ich kann ganz viele Seifenblasen machen. Juhu! Hey, wo ist denn Caillou? Hier bin ich! Hier bin ich! Wo ist mein Quietscheentchen? Hab keine Angst, komm und rette dich. Mami, Papi, ihr seid ganz nass. Und jetzt wusste Caillou auch, dass man beim Baden herrlich planschen und spritzen kann. Genug Caillou, komm ich trockne dich ab. Ich will aber noch nicht, ich will weiter in der Badewanne spielen. Gut, du kannst ja morgen wieder beim Baden spielen. Ja, mit meinem Quietscheentchen und ganz vielen Seifenblasen. Und ab jetzt liebte Caillou das abendliche Bad über alles. Ah, guten Morgen, junger Mann. Fährst du auch mit dem Schulbus? Augenblick mal. Also, Sie kenne ich doch. Sie habe ich damals zur Schule gefahren, als Sie noch ein kleiner Junge waren. Hallo, Mr. Washington. Wie schön, Sie mal wiederzusehen. Das hier ist mein Sohn Caillou. Er wollte sich den Bus ansehen. Tja, Caillou, es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dich zur Schule zu fahren, wenn es soweit ist. Ich will mit dem Bus fahren, Papi. Heute kann ich dich leider nicht mitnehmen, Caillou. Mr. Washington sah, dass Caillou sehr enttäuscht war. Aber ich könnte es vielleicht morgen tun. Vorausgesetzt, dass deine Eltern nichts dagegen haben. Und ich muss natürlich auch meinen Chef fragen, ob er es erlaubt. Deshalb kann ich es dir jetzt noch nicht versprechen. Ist das nicht sehr nett von Mr. Washington, Caillou? Komm, wir fragen Mami. Oh, toll. Was ist das, Caillou? Das ist der Schulbus, Papi. Und wer steuert den Schulbus? Ich. Caillou, du weißt doch, dass wir erst morgen wissen werden, ob du mit dem Schulbus mitfahren darfst. Hallo, Caillou. Du siehst aus, als ob du heute zur Schule gehst. Caillou war sehr nervös, weil er nicht wusste, ob er mit dem Schulbus mitfahren durfte. Guten Morgen. Wir wollen doch nicht zu spät zur Schule kommen, Caillou. Los, steig ein. Ja. Worauf wartest du noch? Rein mit dir. Oh, mein. Caillou war begeistert, im großen, gelben Schulbus fahren zu dürfen. Wir sind gleich bei dir zu Hause, Caillou. Dein Papi wartet schon auf dich. Hey. Hast du mich gesehen, Papi? Ich war in dem Schulbus. Natürlich habe ich. Jetzt wollen wir uns bei Mr. Washington bedanken. Vielen Dank, Mr. Washington. Wo ist denn bloß die Tür? Gilbert, jetzt kann ich nicht mit dir spielen. Guck mal, Mami, was ich dir alles gebracht habe. Vielen Dank, Caillou. Du wirst langsam ein großer Junge. Caillou war sehr stolz darauf, dass er helfen konnte. Das war ein tolles Gefühl. Hey, Mami. Guck mal her. Caillou, ich glaube, es ist besser, wenn du wieder nach oben gehst. Caillou dachte, wenn er groß genug ist, um seiner Mutter zu helfen, dann wäre er auch groß genug, um sich selbst anzuziehen. Allerdings gab es ein Problem. Er hatte all seine Sachen runtergebracht, sodass er nichts zum Anziehen hatte. Nein. Caillou. Psch, du wächst Rosie auf. Warum stehst du denn in der Unterhose da? Ich habe überhaupt nichts zum Anziehen. Das kann nicht sein. Du hast doch so viele Sachen. Oh. Du meine Güte, das stimmt. Ich weiß was. Wir spielen Verkleiden. Mit meinen Sachen. Ich kann nicht Kleider von Erwachsenen tragen. Warum denn nicht? Ich bin viel zu klein. Das werden wir ja sehen. Brumm, Brumm. Caillou, haben wir nicht noch etwas vergessen? Mein Schlafanzug. Das ist richtig. Wenn du bei Leo zu Hause übernachten willst, brauchst du einen Schlafanzug. So, haben wir alles? Ja. Das war das erste Mal, dass Caillou bei einem Freund übernachten würde. Und er war schon sehr aufgeregt. Steig ein, Caillou. Ich bin sicher, dass wir irgendwas vergessen haben. Aber was könnte das sein? Mal überlegen. Schlafanzug? Schlafanzug. Zahnbürste? Zahnbürste. Teddybär? Teddybär. Wir haben Teddy vergessen. Gut, jetzt haben wir alles. Bist du soweit? Leos Vater hatte im Garten ein Baumhaus gebaut und Caillou fand es toll, da drin zu spielen. Caillou, Mittagessen, runterkommen, Hände waschen. Caillou machte es riesigen Spaß bei Leo zu Hause zu sein. Aber beim Abendessen fühlte er sich einsam und verlassen. Er musste an Mami und Papi denken und an sein schönes Zuhause. Hast du keinen Hunger? Doch, schon. Mal sehen, wer von euch zuerst fertig ist und den Wettlauf zum Nachttisch gewinnt. Als Caillou versuchte, die Schalen von dem kaputten Blumentopf zu verstecken, hatte er den Einfall, George die Schuld zuzuschieben Caillou, 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 Essu, ich komme George kann unheimlich schnell rennen, aber ich hab den Wettlauf gewonnen Wo wohnt dieser George, Caillou? So ganz genau weiß ich eigentlich nicht, wo er wohnt Caillou Aber ich glaub, er wohnt in unserem Keller, George ist wahrscheinlich mein allerbester Freund in der ganzen weiten Welt Caillou, wir sind schon lange mit dem Essen fertig, aber du hast so viel geredet, dass du deins nicht mal angerührt hast Tut mir leid, Mami Vielleicht geht George schon mal in den Garten, während du zu Ende ist Gut, Mami Danke, George, Caillou kommt dann gleich nach Bis später, George Hey Caillou, könntest du mal einen Moment herkommen? Weißt du, wie das passiert ist? Ah ah, George hat ihn kaputt gemacht Bist du ganz sicher, dass das George war? Caillous Papi wusste genau, dass nicht George den Boomtopf zerbrochen hatte Ja, Papi, wir sind um die Wette gelaufen und dann hat George den Topf umgestoßen Hm, tja, ich glaube, vielleicht hattest du auch etwas damit zu tun, oder Caillou? Ja, Papi Also pass auf, du hilfst mir beim Wegräumen der Schaben und wenn du das nächste Mal mit George spielst, solltet ihr beide etwas vorsichtiger sein Natürlich war Caillou mit Papis Vorschlag einverstanden Ja, mach ich Gut, du musst die Schaufel ganz festhalten und ich fege alles hinein George ist ganz schön toll, Patschig, nicht wahr, Papi? Ein bisschen wie du, hm? Caillou, wir haben heute Hochzeitstag, das ist ein ganz besonderer Tag für Mami und Papi Aber wir haben auch etwas ganz besonderes für dich und Rosie, einen neuen Babysitter, ist das nicht toll? Ich mag keinen neuen Babysitter Das muss Julie sein, ich mach ihr auf Ich mag Julie nicht, nein! Weil Julie für Caillou noch fremd war, wollte er seinen alten Babysitter haben Deshalb war ihm sofort klar, dass er sie überhaupt nicht leiden mochte Hallo Caillou, ich bin Julie Einfach nur diesen Knopf drücken Wiedersehen! Sieht deine Mami in ihrem Kleid nicht wunderschön aus und deinem Papi steht der Frack einfach fabelhaft? Los, wink zum Abschied! Und einige Zeit später gab es Abendessen Ich will kein Abendessen haben! Rosie auch kein Abendessen! Caillou, du musst etwas zu Abendessen Du kannst mich nicht zwingen! Ich habe eine Idee Eure Eltern sind zu einem besonders festlichen Abendessen ausgegangen Warum machen wir nicht das gleiche? Obwohl für Caillou klar war, dass er Julie nicht mochte, war er doch neugierig darauf, was jetzt geschehen würde Kommt schon, worauf warten wir noch? So, jetzt siehst du genauso schick wie dein Papi aus Ehrlich, tue ich das? Aber sicher! Caillou stellte fest, dass er anfing, Julie zu mögen Und jetzt muss auch noch Rosie so hübsch wie ihre Mami aussehen Oh, Gilbert! Halt ihn fest! Das Verkleiden mit Julie hatte Caillou Spaß gemacht Aber auf den Salat hatte er überhaupt keinen Appetit Komm schon, Caillou, du musst etwas essen Ich will aber kein Abendessen haben Wahnsinn! Als erstes suchte er sich eine Wildwasserfahrt aus Caillou, stell dich mal vor die Tafel Warum denn? Du darfst nur mitfahren, wenn du groß genug bist Ja! Gefällt es dir? Ja, das macht Spaß! Aber es macht doch ein bisschen Angst, nicht wahr? Caillou und Papi waren beide der Meinung, dass die Flussfahrt ihnen Spaß brachte, aber auch ein bisschen Angst machte Ja! Aber schon bald machte es Caillou so viel Spaß, dass er gar keine Angst mehr hatte Das Wasser hat uns nass gespritzt, Mami! Wer möchte Nachtisch haben? Ja, ich bitte! Rosie möchte auch! Lecker! Oh! Hm! Also ich glaube nicht, dass Zuckerwatte wirklich gut für euch ist Heißt das etwa, du willst keine haben? Guck mal Papi, wir sind jetzt aber ganz schön hoch Da! Caillou fand es super im Riesenrad zu fahren Von hier oben hatte er einen tollen Blick über den ganzen Freizeitpark Pappi, Pappi, guck mal! Das war der größte Teddybär, den Caillou jemals gesehen hatte Wenn man es schaffte, all seine Ringe über den Holzpflock zu werfen, konnte man den Bären gewinnen Für Caillou war das ein sehr schweres Spiel Leider vorbei Es ist nicht so leicht, wie es aussieht Kannst du das schaffen, Papi? Ich versuche mein Bestes Toll gemacht! Ja, Papi! Caillou hoffte inständig